So, und wie gesagt geht es sofort weiter mit Let's Play 4.2 von mir, JollHunter1000. Und wir müssen... Nein, wir müssen nur durch das Flammenmeer, was soll denn der scheiße? Ah, scheiße, wir müssen durchs Feuer durch, anders geht's nicht. Anders ist es nicht möglich, dorthin zu kommen. Ja, wir müssen hier durch, aber... Scheiße, 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 scheiße. Ja, hüpf doch! Hä? Warum sterben wir hier? Das kapier ich nicht, wir müssen doch durchs Feuer durch. Ich kapier's nicht. Da oben muss ich irgendwas drehen, ja, aber was... Wie soll ich da oben was drehen? So, garantiert nicht. Nein. Ja, aber wie soll ich da hochkommen? Das gibt's ja nicht. So? Nein! Scheiße! Komm ich nicht hoch? Nein, das gibt's doch nicht. Lauf sich vielleicht dort drüber und dann schnell hoch. C! Da unten kann ich durch. Ah, oder? Da unten kann ich doch durch. Nein, doch nicht. Scheiße, ich bin tot. Ich lass mich sterben, wenn... Na, oder? Ich geh da raus, aber da sterb ich ja sowieso sofort. Da sterbe ich sowieso sofort, weil... Und ich kapiere nicht wieso. So, dann würde ich sagen, ich tue das... Offscreen, denn... Sonst müsst ihr euch das hier noch 10 Stunden ansehen. Also, bis dann. So, und, ähm... Ich bin hergegangen und... Jetzt ist ein Gespräch losgegangen. Das heißt, ich meine nicht so falsch zu sein. Vielleicht sollten wir wieder etwas weiter zurückgehen. Und das ist wieder ein Speicherpunkt. Das heißt, wir müssen scheinbar zurückgehen. Gut zu wissen. Kommt wieder ein bisschen, das hätten wir vier. Wir müssen jetzt hier noch auswählen, hier. Und damit auf den Schiefern. Okay, schon zerstört. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Dann können wir jetzt einfach weitergehen. Ich hoffe, ich bin da wieder richtig. Und wir müssen wirklich da zurück. Da steht auch Exit. Aber der ist natürlich versperrt wieder. Klar. Das ist ja auch gesperrt. Das ist hinterfalsch. Dann würde ich sagen, wir schauen noch einmal raus. Ah, da können wir da rauf. Ja, da können wir rauf. Ah, so kommen wir also rauf. Jetzt sind wir ein Stockwerk höher. Und ich hoffe, dass wir jetzt weiterkommen. Ah, jetzt sind wir da oben beim Feuer. Medikit, schön. Eine Panzerung war allerdings auch nicht schlecht. Aber der ist jetzt scheinbar sonst nichts außer diesem Medikit. So, ich gehe jetzt mal da raus. Und schau, ob es da vielleicht irgendeinen anderen. Ja, das sieht schon gut aus, wenn ich mit dem Gegner bin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah. Ich hoffe, die hat nicht... Nein, hat mir kaum was abgezogen. 15 Schuss noch. Und damit noch 13 Schuss. Okay. Stimmgewehr Munition. Okay. Schotgewehr, wir haben auch einige hier. Fällt mir auch auf. Aber hier geht's nicht weiter. Hm. Gehe ich da raus. Ich hoffe, das ist richtig. Oh. Fuck. Boah. Was war denn das? Scheiße. War das ja eine Granate oder was? Boah. Boah. Hat sich der jetzt selbst abgeknallt? Ja, der hat sich selbst elektrischiert. Was ist das für ein Trottel? Oh, ich meine, da habe ich wieder Leben dazugekriegt. Der ist jetzt hoffentlich endgültig tot. Man liegt nicht nur am Boden. Gut, jetzt sind wir hier oben. Und sind wieder beim Feuer. Das heißt, wir können jetzt hier das Feuer hoffentlich löschen. Mit diesem Ventil. Okay. Okay. Aha. Och, du Scheiße. Schnell runter. Boah. So. Ist da etwas? Natürlich nicht. Vielleicht müssen wir jetzt mit diesem Helikopter machen. Da ist nichts. Da ist offen. Muss ich wieder raus, raus, raus. Und da wahrscheinlich rein. Oder was? Nein. Muss ich auch nicht. Hm. Da bin ich rausgekommen. Da drüben ist nichts, haben wir festgestellt. Dann kann ich noch hier schauen. Und da geht es weiter. Okay. Gehen wir hier runter. Oh, okay. Da sind welche von uns. Backhit. Keegan, was ist los? Nicht schon mehr. Was ist mit dir? Wieder eine Ausdienung freigeschaltet. Grundschule abschliessen. Keegan? Nein. Mist. Backhit, du bist okay, oder? Ich muss Keegan zum ABC zurückbringen. Backhit, dieser Snackfest könnte uns vielleicht heil hier rausbringen. Tu, was nötig ist, damit er am Leben bleibt. Okay. Der verreckte scheinbar gerade. Du bist da weiter. Ich muss da wahrscheinlich nicht durch. Doch, ich muss sie begleiten. Aber, das passiert jetzt im nächsten Part. Also, bis dahin. Ich bin 200.000. Adieu.